moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren runde minecraft hier baste mal ein bisschen weiter die neuen glas scheiden die sind schön und es wird grad dunkel eigentlich muss es doch hell sein oder da drüben die sonne auch können uns tatsächlich noch hinlegen wir legen uns noch mal hin starten wir erholt in den tag so hier haben wir auch schönes glas drin da auch kann man sehr schön durchschauen da geht das nun mal leider nicht zu ändern dann werde ich das ganze der ganze raum da oben haben wir noch nichts gemacht hier oben ist auch noch ziemlich leer hier unten ist ein bisschen lager die war ja verbunden mit unserem schönen lager schön unten das ist ja auch ganz schön unsere drei öfen hier so dann gucken wir noch mal raus Brüder hier ist auch noch ein Baum gewachsen und da Schatten 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 da müssen ernten gehen naja gehen wir ein bisschen ernten dann dann nicht essen nichts essen hier können wir machen aber machen böse nicht runterfallen nein aber wir machen das böse da ist auch noch eine Karate die sind noch nicht fertig so das ok 43% wie viel Platz haben wir noch wir haben noch ein bisschen das ist so äh lalalalalala da da Kartoffeln, Kartoffeln und Masse ja ja die haben wir noch ein bisschen Platz haben wir noch das nehmen wir noch mit das nehmen wir noch mit das nehmen wir noch mit das oh nein, nichts essen der Rest ist noch nicht so weit gut, wir machen die Kartoffeln unsere drei kleinen oh, das ist auch erwachsen sieht man dem gar nicht so wirklich an oh, da ist auch noch etwas erwachsen so, so, so hat sogar tatsächlich alles in eine Tasche gepasst sehr schön sind wir auch noch fertig dann müssen wir auch noch mit zack, und dann haben wir unten hier unsere Special Chool gehen wir auch mal ran lalalala ok, wie war das genau, so, 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 so zack, 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 zack alles rein da das, 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 das das, das, das ok, und jetzt geht jetzt alles schön raus aha so hier können wir auch noch mal gucken gehen eigentlich lalalala lalalala ich glaube Kartoffeln waren sowieso bei uns unten schon einmal voll wird es da reingefallen? ne, wahrscheinlich nicht so so das haben wir auch denn das sehen wir auch noch mit da 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 sieht jetzt aber hier auch nichts mehr nach Erwachsen aus nö aber noch genug Platz, noch genug Platz haben wir da, ein Kiwi Kiwi, 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 Kiwi ok das waren alles an Kiwis da haben wir noch ein bisschen Ananasch und hier haben wir wahrscheinlich auch noch Erwachsene 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 Oh, ging runterfallen wo 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 da hey na hui liegt das Vollzeugputtern was wir sammeln noch nicht jedenfalls ah stopp so mal wieder nur drei ok, ah nie da so super passt doch naja und so zwei Felder stehen hier schön was mich halt eben aber so ein bisschen geschottert ist eigentlich haben wir Erde mit wir haben Erde mit ok und da noch Kugel machen ja schon hier fertig ganz einfach mal äh das passt einfach nicht so wirklich rein hier da brauchen wir da 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 hin da hin da hin da hin komm her so das sieht euch ein bisschen besser dass da unten keine Erde ist das ist nicht so wild aber da sieht das schöner aus wenn das so ist ähm passt mehr passt besser zack zack ah mal gucken mhm dieses Kirschholz Kirschholz möchte ich auch irgendwann nochmal gerne finden ähm was haben wir denn wir haben jetzt aber Eichen ne wo haben wir denn jetzt hier Mammutbaum mhm ist ja auch vollkommen egal was brauchen wir dafür das ist ok und dann ok Haltstufen sollten wir nicht noch besitzen diese Dinger aber wir haben auch noch soviel davon da haben wir tatsächlich das heißt wenn wir jetzt hier rangehen wir machen denn zack 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 so dann haben wir ja siehst du haben wir mal einen Tisch hier wollen wir uns nochmal angucken wie der aussieht hier oben lalala hallo oh hier haben wir auch unser Dach ne das sieht natürlich ein bisschen doof also das ist nicht doof das sieht schon cool aus aber man kann sich nicht erkennen weil wir haben es aus Glas gemacht ne aber also zwei Schichten Glas und ja das ist ein Dach also ein überdachtes eine überdachte Terrasse aber damit hier noch genug Lichteinfall ist für uns haben wir hier halt ein Dach aber wieso haben wir denn da auch wieder oben nicht haben wir da oben nicht noch ne Reihe mit Dings äh muss ich gleich mal hoch müssen wir gleich mal hochgucken wir packen jetzt erstmal unseren Tisch hier aus da so hin hm nein wenn wir nen Stühl noch hinkommen lassen wir erstmal so da stehen das sieht echt ganz schick aus so wir müssen jetzt erstmal nochmal hochgucken irgendwie verwirrt mich das gerade na 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 da das Fenster drin da ach ne hä ach das ist die Etage höher geht ach so ok ja natürlich logisch klar wir waren nicht ganz unten ne ja ok gut passt passt war geundert Luft ist alles gut alles super Kommando zurück ähm ist natürlich ein ich möchte mal was gibt es ein Sessel? Sessel ne Stuhl normalen Stuhl, Holzstuhl zum Beispiel gibt es den kann man sich aber irgendwie nicht angucken warum nicht ich möchte aufgehen wie geht das aber Holzstuhl und Stuhl gehen leider nicht gerade warum nicht ist ein bisschen doof schade ja auch wenn man da da geht das wieder ok ok hm ok ist das Lager? Lagerkatalog muss hauptsächlich grüne Farbsfrau sein ok Papier ist nicht das Problem Buch mit Feder was 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 ist das denn hier? was sollt ihr euch gar nicht gucken? ist das 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 ist jetzt kommen wir aber dann nicht wieder zurück hm so äh was haben wir denn da oben? so was dreht sich da so komisch Montasporner ja Montasporner können wir uns leider auch nicht anschauen wie man den baut wahrscheinlich kann man den nur finden oder wie auch immer ähm Papier, 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 Papier ist kein Problem hinterher sollten wir auch haben eigentlich ne Feder ist ok Spombions ok sollten wir vielleicht auch haben hm Buch ja so ist eigentlich nicht so schwer ne so halt Quatschlager und was und was ist das für ein Biblio? ach danach tut er gar nicht ok ah ne dann sollte ich auch so eingehen Biblio ok das ist ganz schön viel was er natürlich hat Schlitzbuch leeres Rezeptbuch dickes Schreibbuch Redstone Band 1 auf Gottes Willen schicke Laterne schicke Laterne ja aber irgendwie ist doch der Katalog hier gar nicht mehr drin oder? ist das verkehrt? doch da ist er drin da Lagerkatalog ja gut ähm haben wir denn irgendwie grünen Farbstoff? wird schon wieder dunkel hier aber wir haben ja genug grünes Zeug eigentlich um irgendwie zur Not grünen Farbstoff herzustellen oder? guck mal hier ne grüner Farbstoff da kriegen wir was hin ne Gewürzbaum ne aber oh 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 warte mal was ist das hier? grüner Farbstoff da haben wir nicht genug von ihr könnt ihr euch davon nämlich einen grünen Farbstoff herstellen oh Böllop haben wir noch einmal nehmen wir auch mal raus wollen wir jetzt hier hingehen machen so nehmen wir uns schon erstmal Kaktusgrünen haben wir sogar oh 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 so ey hier zwei Stücke waren wir jetzt hier nicht auf ähm Hanggrünen sind wir mhm dann essen wir mal erstmal nebenbei was jam 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 so ja achso wir können erstmal wieder die wegpacken wir müssen da hin piep p pist pisti müssen wir so zumachen also wir brauchen ein Buch und das Buch besteht aus drei Papier und ein Bild okay 3 Papier, da brauchen wir Zuckerrohr, 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 Zuckerrohr. Papier, genau. Wir stellen mal 2 Stück her. Genau, wir brauchen gleich nämlich. Wieso noch ein bisschen mehr? Nee. Scheiße, schon wieder vergessen. Ah, achso, genau, jetzt, ich weiß wieder wie, ja, genau. Gut, jetzt wahrscheinlich anders aufgebaut. Aber ja, so, und so, dann haben wir das Buch. Äh, Mensch. So, dann haben wir hier das Buch. Wir brauchen das aber mit Tintenbeutel und mit einer Feder. Tintenbeutel. Äh, da, Tintenbeutel haben wir. Oh, und da ist eine Feder. Bom, 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 bom. Eine genau. So, dann gehen wir wieder auf das. Rezept. Gehen wir dann auch den, auf das Buch. Und dann haben wir das so, okay, okay. So. 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 Wir kriegen das. Sehr schön. So, und jetzt fehlt uns nicht mehr so viel, ne? Jetzt haben wir das und da drum herum Papier. Okay. Also so. So. Und so. Und dann haben wir den Lagerkatalog. So, dann können wir das wieder wegpacken. Ja, Papier, blablabla. Noch mal hier hin. So. Und das kommt auch wieder dahin. So. Wo wir noch Sand oder allen möglichen Kletterer dünnen Schwung liegen. Ähm. Was hat es da mit Aufsicht? Ja, das ist echt ganz cool. Man kann da reinschauen. Und so wie es schon heißt, kann man wirklich das Lager damit verbinden. Ich muss ja aber einmal eigentlich gucken, wie genau. Da steht jetzt gerade gar nichts bei. Mal gucken, was passiert, wenn wir rechtsklick machen hier auf ein. Item. Shift-Rechten-Klick. Irgendwas kloppert da, glaube ich. Ah. Okay. Beenden. Nein. Nein. Also Shift-Rechten-Klick, so wie es aussieht. Ja. Ich hoffe, das ist nachher nicht zu viel für den. So. Jetzt seht ihr jetzt überall diese, diese. Ah. Die tauchen nur auf, wenn man das Buch auch in der Hand hat. Das ist natürlich gut. Okay. Da ist er unten auch mit drin. So. Und jetzt können wir hier mal reingucken rechts. Und sehen. Ah. Wir haben Erde. Wir haben da Metersteine. Etc. 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 Eigentlich sehr, sehr cool. Ähm. Weißt du, ich konnte man hier auf Endgame suchen. Item. Blockname. Item. Ah. Konnte man wohl nicht. Wenn da muss man die... Ach, eigentlich ist es dann, na gut, ist doch nicht das Problem. So. Jetzt machen wir hier noch eins. Drei. 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 Vier. 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 Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Genau das gleiche hier. Und hier am besten auch einmal mitnehmen direkt. So und dann hier auch nochmal, so, aber wir hätten leider auch noch mehr gehabt, guck mal, da habe ich auch noch was, dann haben wir das auch gleich mit drin, hier genauso, so, ich glaube hier hätten wir noch nicht wirklich was ansortiert, also das lassen wir erst nochmal weg, jetzt können wir nochmal hier wieder rauf gucken, jetzt sehen wir so, oh, so, was haben wir denn hier, Artischocke, Beere, etc., schön, jetzt können wir auf die zweite Seite gucken, Schalenstein, das ist echt ganz cool, weil jetzt wissen wir immer, aha, das haben wir zur Zeit da, und gut, es gibt keine Suchenpunkte, wenn man aber weiß, wie es heißt, kann man einfach mal reinschauen, echt cool, also, ach, guck mal, machen wir hier auch noch, zack, 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 jetzt alle wollte ich jetzt nicht gleich gerade verbinden, hier drüben sind nur komischer, oder lustigerweise, Kartoffeln gelandet, warum auch immer die jetzt hier drüben gelandet sind, wahrscheinlich war das hier alles volles Karotten, wobei ich eigentlich auch nicht da, wo sie hin sollen, naja, gut, ähm, machen wir es ganz anders, das ist nicht gebacken, die müssen da irgendwo rausnehmen, ähm, ähm, äh, äh, Weizen, ich weiß nicht, weiß nicht, auch einmal woanders, hm, scheint nicht so der Fall zu sein, nein, ach, Mann, so, Sweet Potato, Kommt erst mal, alles da drin, okay, oh ne, erst mal raus, Weizen, ja, so, kommt erst mal da rein. Und das möchte ich dann mal an unsere Backed Potato, die nehmen wir sowieso erst mal raus. Das ist echt Quatsch, das hier drin ist. Was ist das? Backed, Sweet Potato, Sweet Potato. Okay, ist der voll? Ne, eigentlich doch nicht, oder? Ah gut, das ist 28, na klar, dann ist voll, okay. Kann man die jetzt auch so? Ne, kann man nicht. So. Gut, dann ist die aber schon wieder voll hier, ne? Ist ja auch. Mal, mal, so. So, gucken wir mal, was dann passiert. Das gleiche Spiel machen wir hier auch. So, das Ding, das hatten wir doch schon, das ist doch irgendwie so. Da oben ist das doch da. Okay. Looks. Okay. Vielen Dank.